Wir sind die Polytechnische Hochschule Jihlava. Wir sind eine nicht-universitäre Hochschule, was bedeutet, dass wir keine Fakultäten haben. Wir sind in fachliche und unterstützende Lehrstühle eingeteilt. Wir haben also fünf Fachlehrstühle und drei unterstützende Lehrstühle. Wir haben drei Hauptfachrichtungen, und zwar Ökonomie, Tourismus, technische Fächer, vor allem angewandte Wissenschaft und Medizin, Bachelor- und Masterfächer. An der Polytechnischen Hochschule haben wir die Akkreditierung für ein neues technisches Programm erhalten, das angewandte Technik für Industriepraxis heißt und Maschinenbau mit Elektrotechnik verbindet. Es ist natürlich ein Fach, das auf die rein praktische Anwendung in modernen Bereichen ausgerichtet ist. An unserem Lehrstuhl für technische Studien arbeiten wir jedes Jahr an einer Reihe von Projekten, an denen sich natürlich auch unsere Studenten beteiligen können. Und diese Projekte sind vor allem in interessanten Bereichen wie Flugwesen, Automotive, aber auch und Medizin. Ich bin aus der großen Stadt, ich bin aus der Kapitel, Belarus. Und das ist eine kleine Universität. So, man kann zum Lehrstuhl kommen, wenn er Zeit für dich hat, nur für dich. Und du kannst ihn kommen und sagen, ich verstehe, ich verstehe, bitte nur noch einmal. We are trying to prepare students for future jobs, which means that they have to have international experience. So either they travel abroad to improve their language, but simply to communicate with foreign people. Unser Reisebüro wurde vor allem gegründet, um einen Ort für die Arbeitspraxis der Studenten einzurechten. Dieses Reisebüro funktioniert dabei genau wie jedes normale Büro. Es hat eine Konzession, das heißt, wir können Reisen für die Öffentlichkeit konzipieren. Wir können Reiseangebote anderer Reisebüros weiterverkaufen. Und ich möchte betonen, dass das eine Rarität ist. Ich weiß von keiner Hochschule, die im Bereich Tourismus ausbildet und einen derartigen Arbeitsplatz hat. Wir können Reisenbeurschermel – das ist eine Wиса. Wir werden hier in der für die Erachträfte überprüfen. Ich verstehe, ich glaube, es wird noch nicht so viel mehr Zeit ver thrown, wie ich in der FF-19. Wir werden hier in der Garten und die wir, die wir jetzt noch in der Garten, um heute loszunfall auf dem Geistigern.